hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von finanzdiva.de mit kate unserem financial diva analyst und mir kate ihr habt ja länger nichts von uns gehört ich hatte ein bisschen schnupfen und dachte schon jetzt habe ich corona und da habe ich den jens angerufen und gesagt du musst mir unbedingt sagen wer den besten impfstoff du musst mir was erzählen weil jens hat ein wahnsinniges wissen über die pharma branche und warum ich keine aktien von pharma firmen im depot habe ist einfach weil ich mich nicht auskenne ich will das aber ändern weil ich glaube dass wir menschen so lange leben weil wir so viele gute pharma produkte haben die uns am leben halten und uns schnell wieder gesund machen ich denke halt auch es gibt so viele leute die globuli schlucken ja und wenn es eine globuli aktie gäbe die würde durch die decke geben weil wir einfach so dumm sind an so ein mist zu glauben aber was den guten impfstoff jetzt betrifft den machen wir einfach nur medial schlecht und das finde ich echt schade mein mann ist ja arzt und da meinte auch relativ viele ältere leute bekommen thrombosen und jetzt machen wir da so ein hype um eine sache und bremsen eigentlich den impf prozess aus was ich schade finde wir haben heute drei giganten für euch naja ein kleinere kleinere nummer drei ist dabei ist noch kein gigant aber vielleicht wird es ja einer und wir fangen mit dem etwas riskanteren unternehmen an das aber eine richtig gute rendite partie hingelegt hat auf dem börsenpaket und das ist die biontech den haftungsausschluss bevor wir biontech euch ans herz legen bevor wir uns hier infizieren mit einer rechtsklage sollten uns erstmal dagegen impfen mit einem disclaimer also ganz kurz nur die veröffentlichten informationen grafiken meinung und analysen stellen keine anlageberatung rechtsberatung oder steuerberatung da finanzliver.de und finanzliver.tv sprechen keine kauf und verkaufsempfehlung für die präsentierten finanzprodukte und wertpapiere aus wir weisen darauf hin dass die investitionen in aktien etfs und sonstige finanzprodukte ein risiko für den anleger darstellen im schlimmsten fall kann hier der totalverlust des eingesetzten kapitals drohen alle dargestellten informationen wurden nach bestem wissen und gewissen recherchiert und sind durch quellen nachweise belegbar finanzliver.tv und dessen gäste übernehmen aber keine garantie für die vollständigkeit sowie korrektheit dieser informationen wir behalten uns nachträgliche änderungen oder anpassungen jederzeit vor finanzliver.de und finanzliver.tv und die gäste übernehmen keine verantwortung für vermögensschäden und verluste die in folge der hier dargestellten wertpapier präsentation entstehen und die moderatoren und gäste halten die hier entsprechend präsentierten aktien und finanzinstrumenten teilweise selber und profitieren von einer positiven entwicklung der kurse und gewinne. kate dein turn. biontech ich selber habe immer darüber nachgedacht mir die zu kaufen und ins debot zu legen aber ich bin da immer ein bisschen eigen und zock mein eigenes ding aktuell mit kryptoaktien und da deswegen hatte ich den kopf nicht frei für biontech habe mich aber geärgert weil eigentlich die performance ganz okay aktuell performance über 50 prozent in kurzer zeit das ipo war es 2020 also die sind das dann die börse gegangen haben niedriges kgv von um die sieben und die haben gute partner ja die sind mit pfizer befreundet lily sanufi bayer animal health und andere der ceo ist mega sympathisch der hat auch gleich das bundesverdienstkreuz bekommen denn das ist der forscher und entwickler von diesem impfstoff der uns jetzt retten soll der heißt hugo sahen und ihr habt ihn sicherlich schon mal in medien gesehen die firma ist halt nicht so breit aufgestellt und das macht sie für mich jetzt ein bisschen uninteressant weil ich mag lieber die breiten cash chaos und da sind wir schon beim problem ja wir haben keine starke finanzielle basis cash bestände reichen jetzt gerade mal vor dem jahr um die kosten zu decken ja umsatz um die 60 millionen q3 2020 die neuen zahlen die kam jetzt raus die sagt euch dann da sagt euch der jens noch was dazu was ich cool finde es halt die aktionäre sind mal wieder bill und melinda gates dabei blackrock natürlich fidelity crime cap und wir haben die ströngmann zwillinge das sind die milliardäre die die firma hexal verkauft haben und andreas und homers aus deutschland die haben die hälfte der aktien im portfolio also jeder glaubt an die firma und die frage ist die firma hat eine top image kampagne hinter sich alleine wegen der guten investoren und diskunden also der gründer story die story an sich hat den kurs gepusht die hoffnung dass bayern tag die welt rettet ist natürlich auch im kurs mit schon eingepreist und die frage ist wer wird die firma vielleicht mal kaufen vielleicht mit chancen und chancen oder ja dann mal sehen was der jens dazu sagt was denkst du also zuerst mal der impfstoff von pfizer ist toll ich habe letzte woche ausprobiert mir ist kein dritter arm gewachsen ich habe noch keine thrombosen fühle mich toll und wenn dieser impfstoff helfen sollte und meine impfung helfen sollte die pandemie etwas einzudämmen dann habe ich eine gute tat geleistet mit biontech die firma selber macht den impfstoff also das ist eigentlich total verrückt dass die firma impfstoff herstellt denn die firma ist eigentlich zu höheren berufen also das wäre so wie wenn airbus sagen würde wir machen jetzt mal koffertrollys weil die airbus die flugzeuge sind noch nicht so weit ja also der der eigentliche antrieb von biontech ist krebsmedizin und zwar individualisierte krebsmedizin das ist die fünfte generation der krebsmedizin wenn ich mal kurz einen sprung die geschichte machen darf null der generation waren dinosaurier die sind schon an krebs gestorben also die ersten dinos man konnte ein skeletten nachweisen diese dino hatte definitiv lungenkrebs vom rauchen wahrscheinlich vom rauchen in den vulkanen oder sowas ja also krebs ist älter als die menschheit erste generation krebstherapie war rausschneiden die römer wenn man dann krebs geschwört das wurde rausgeschnitten hat dann vermutlich gestreut bei der gelegenheit also es war natürlich keine erhaltene maßnahme aber das war eine erste bekämpfungsmaßnahme dann kam natürlich bestrahlen marie curie hat zuerst erkannt dass man mit radioverstrahlung gewebe verändern kann ja so hat man das krebsgewebe bestrahlt gift gifteinsetzen sprich chemotherapie das stammt aus ersten weltkrieg ungefähr ja marie curie da haben wir sie genau also die chemotherapie heißt im prinzip den körper gezielt vergiften an der stelle wo der krebs sitzt das stirbt natürlich alles mögliche mit ab also nicht nur der krebs selber sondern auch das umgebende material stirbt ab und dann mittlerweile sind wir so weit dass wir den krebs sequenzieren können von pro person individuell ein krebsverlauf ist immer individuell es gibt verschiedenste verläufe und jeder krebs hat eine eigene herangehensweise und biontech ansatz ist eben diesen krebs analysieren und den patienten eine medikaments verabreichen das genau auf ihn zugeschnitten ist quasi da erzeugt man eine m-rna-kette die wird ein lipidkügelchen eingebettet und in den körper injiziert und die produziert dann den entsprechenden antikörper für diesen krebs also den schlüssel zum schloss und so kann man eine krebstherapie beginnen ohne dass haare ausfallen oder man bleich wird oder in isolation muss also im prinzip eine impfung krebs das wäre das ziel allerdings ist biontech noch im kindergarten die sitzen quasi jetzt für ihre milch und singen das zuglied also die sind alle in der pre phase oder phase eins und von daher weil dieser impfstoff für biontech ein segen das war das coming out plötzlich kannte jeder die firma plötzlich wurden gelder mobilisiert in der fabrik gekauft man hat ja von ehemals novates gsk die impfstoff fabrik in marburg übernommen und da kann man jetzt richtig groß auftrumpfen und biontech ist sehr potenzial sehr hohes potenzial mit dem krebs mit dem medikament und kann sehr viel herstellen und wird den impfstoff markt gegen gegen covid 19 die nächsten zwölf monaten dominieren man versucht in den zwölf monaten so viel geld einzusammeln wie möglich um dann damit entweder eine neue generation des impfstoffs zu kreieren aber das impfstoff geschäft ist lächerlich impfstoff damit wird nicht verdient wenn ich immer lese bei den querdenkern die farbe industrie füllt sich taschen das stimmt überhaupt nicht mit impfstoff sind pro dosis vielleicht mal zehn dollar verdient aber das steht in keinem verhältnis entwicklungskosten also dauerhaft werden biontech mit dem impfstoff nicht überleben können da brauchen muss dann was neues her und dafür ist biontech gut aufgestellt die firma ist mit 25 milliarden etwa bewertet also noch ein ziemlicher zwerg im pharma bereich und wie du schon gesagt hast wenn da ein paar potenziell hochwertige medikamente in der pipeline sind vielleicht feils hat es schon angekündigt man will sich nicht mehr so abhängig von biontech machen vielleicht frisst man ganz oder macht was anderes schönes oder ein anderer großer kommt der markt ist voller dicker fische und die angeln sich gerade die besten karpfen aus dem teich und man hat schon 70 80 milliarden übernahmen gesehen im pharmabereich also bei biontech würde gut passen eine größere firma und mit investment in biontech hier ein bisschen risiko eingehen will der macht bei biontech nichts verkehrt aber wie gesagt nichts profitables keine dividende kein kv in sicht die barreserven werden von außen immer gespritzt also der tag an dem biontech sich tragen wird der das der liegt noch in der weiten zukunft kommen wir zum pfizer nummer zwei ich mag ja pfizer lieber als jetzt eine biontech weil mich würde die dividende alleine schon reizen die firma wurde 1849 gegründet ist eine alte firma mit vielen traditionen sitzt in new york city und der sie o äh watir hat das ist ein grieche der ist 59 hat 54.000 pfizer aktien hatte den letzten jahren über 5,5 millionen dollar eingefahren durch verkauf von eigenen aktien albert urla heißt er die firma pfizer hat in fünf jahren um die 14 prozent zugelegt an performance ist jetzt nicht die welt aber wenn man die dividende dazu rechnet da bleibt was hängen wir haben über 4,49 prozent dividendenrendite und umsatz 2020 über 41 milliarden us dollar die sind in 150 ländern vertreten und das coole ist ihr kennt das top produkt viagra das ist aber nicht das einzige was die vertreiben aber dafür hat pfizer sich einen namen gemacht dass die leute die firma auch kennen für dieses produkt sie machen herz kreislauf medikamente rheuma schmerz mittel hiv mittel krebs mittel atemwegs beschwerden mittel augen stoff wechsel leiden also die die haben für jede sache für jedes wehwehchen irgendwas dabei und das macht es so breit sehr interessant und die aktionäre natürlich wieder blackrock mit dabei morgen standing the vanguard group mit um die fünf prozent beteiligungen börsenwert 166 milliarden euro das ist schon eine nummer und es unterscheidet sich wesentlich zu biontech die da noch ein kleines kind sind im vergleich der albert buller noch mal der ceo hat ungefähr 2020 30 millionen verdient 1,6 millionen dollar gehalt also das war sein grundgehalt 2020 insgesamt seitdem er bei der firma ist hat er 30 millionen rangeschafft aber zu seinem 1,6 millionen gehalt kriegt er noch 3,6 millionen dollar bonus er kriegt 6 millionen dollar stock options und 606 tausend naja so ein bisschen taschengeld halt other types compensation nennen die das also ein bisschen spaß auch pfizer nicht im depot war mir immer ein bisschen ja ich bin nicht der dividenden investor ich war noch nie der pharma investor aber ich bin am überlegen was ich mir demnächst ins depot lege davon also pfizer mit pfizer kann man nicht viel verkehrt machen ich bin glaube ich seit fünf sechs jahren an bord damals eben auch wegen viagra unter anderem eingestiegen wobei viagra gar nicht mehr zu pfizer gehört also die pfizer haben kürzlich eine große tüte gepackt da haben sie die ganzen consumer health sachen reingetan wie zum beispiel auch die thermacare pflaster und eben auch ihr viagra und grenzen nachbauten die sie so angefertigt haben man hat man hat große tüte gepackt und hat die viatris genannt und an die börse gebracht und pfizer hält jetzt einen minderheiten anteil daran also man ist indirekt noch dabei aber bei viagra ist patent ausgelaufen und seitdem ist es eine pille wie andere auch und es gibt tausende nachahmerprodukte die zwar keiner kennt aber die eben den markt fluten und die preise sind gefallen und pfizer hat gesagt nehmen das geld jetzt lieber und investieren sinnvoll in neue onkologieprodukte man macht jetzt seinem partner biontech eben konkurrenz man steigt in die individualisierte krebstherapie ein die biosimilars oder das ist das einfach wo wesentlich mehr verdient wird also wir müssen uns noch vorstellen so eine krebstherapie mit so einem biosimilar da zahlen wir für eine anwendung 15.000 dollar an pfizer direkt also und wenn man dann sieht so ein tray mit den ganzen produkten drauf wo die kleinen fläschchen draufstehen das so eine frau rausträgt die trägt dann ein einfamilienhaus vor die tür in dem wo die maschine entsorgt wird die abfüllanlage ja also da ist einfach das ganz große geld zu machen und pfizer macht eine sehr stabile geschichte daraus also die dividende von pfizer wächst immer so im bereich vier fünf prozent nach oben man hat stabiles kgv ich glaube so um die 15 rum für den pharmazeuten ein forschenden pharmazeuten ist das ein schnäppchen also ich hatte gerade das gespräch der börse sei überbewertet nein ist sie nicht also es gibt in der börse immer wieder firmen wie pfizer zum beispiel die momentan an vorderster front im impfstoffkrieg stehen und wirklich jeden tag leben retten und diese firma ist maximal moderat bewertet in meinen augen leicht unterbewertet also wer sich eine pfizer aktie ins depot legt der geht kein hohes risiko ein im gegenteil der begriff der witwen und weisen aktie trifft bei pfizer mit unter anderem zu mit natürlich dem leichten forschungskribbeln immer dabei denn alle forschenden pharmaunternehmen gehen das hohe risiko ein dass ihr impfstoff irgendwo in der pipeline versickert und dann die ganze forschung umsonst war die ganze klinischen studien aber pfizer ist dabei vielen produkten sehr weit gediehen gerade auch im herz kreislauf bereich macht man tolle fortschritte und deswegen ich kann die pfizer aktie also ich habe sie ich kann sie kindern empfehlen ich kann sie eigentlich jedem empfehlen der sagt er will ein relativ stabiles investment haben mit 150 milliarden marktkapitalisierung ist pfizer auch jetzt kein kein zwerg der der weggeweht wird sondern man hat sein stabiles man hat seine stabilen medikamente die einen stabilen nachfrage kreis haben und leider gottes immer noch gebraucht werden denn der krebs in der welt nimmt eher zu als ab und durch die überalterung der gesellschaft ist der markt für die zukunft für pfizer relativ gut vorbereitet also ich habe die aktie ich halte sie und ich werde sie weiter halten und an ungeraden feiertagen immer weiter aufstocken ich habe mich gewundert dass sie nicht stärker gestiegen ist während der pandemie ich frage mich auch jetzt gerade wo pfizer wirklich gerade in deutschland und europa die nummer eins ist war wo bleibt da der wo bleibt da der wow aber wie gesagt am impfstoff bleibt nicht viel hängen also man muss die kühlketten berechnen und die unglaublich aufwändigen befahren der prüfung und qualifizierung und ständig kommt die presse um die eckern sagt ich habe einen thrombosefall in lappland entdeckt das könnte doch euer medikament gewesen sein und hier ist ein pinguin gestorben und die querdenker lest mal auf ntv die chats mit euch wird schwindelig vor fast alles ausgegraben die lassen nichts aus diese jungs um den impfstoff der leben retten soll zu diskreditieren ich verstehe es gar spätestens wenn du wie ich husten hattest vor einer woche dann hättest du mir diesen impfstoff sofort gewünscht er dann wäre das alles egal gewesen ich habe gedacht wenn ich jetzt corona habe und das war es verstehe das auch nicht wenn du mal corona hast kommt impfstoff zu spät sag ich mal brauchst du das medikamenten das gibt es ja noch nicht aber auch da ist pfizer dran übrigens ein medikament zu entwickeln gegen leute für leute die schon corona haben die schon im krankenhaus liegen und aus dem letzten loch pfeifen da brauchen wir dringend medikament denn der impfstoff ist präventiv und es gibt ja auch die querdenker die sich den querdenker demos anstecken die es dann haben die wollen wir eigentlich auch retten und die werden zwar sagen nein ihr wollt mich vergiften aber wenn sie dann wirklich merken das geht zu ende dann werden auch diese leute jeden strohhalm nehmen den sie kriegen können deswegen das medikament muss genauso her und das wird nicht einfach sein also da gibt es so viele ansätze dieser ist dieser virus ist noch zu unerforschen zu wir sind noch zu sehr darin ihn zu identifizieren sagen was willst du eigentlich von uns wohin gehst du und wenn wir so weit sind wird über lange zeit dann der impfstoff wahrscheinlich angepasst werden an die neuen varianten und dann in die alljährliche krippe impfung mit integriert werden und dann können wir uns endlich wieder nämlich in finnischen bars rumtreiben und lustige abende haben ja apropos finnland da müssen wir mal ein special machen mit ein paar coolen finnland aktien wenn du das schon so ansprichst weil ich habe ein bisschen ferngehe seitdem ich in corona zeiten daheim sitze in finnland war definitiv eins meiner favoriten wo man gut abends ausgehen kann gut aber nicht günstig kommen wir zu johnson & johnson das ist meine lieblings aktie die ich auch nicht im niveau habe aber die ich jedem empfehle der jetzt sagt ich bin ängstlich ich möchte irgendwas für meine altersvorsorge tun warum nicht mit einer cash cow wie johnson & johnson die firma ist genial sie erinnert also die geschichte alleine schon erinnert mich an eine serie die ich aktuell schaue das ist die charité und zwar wurde 1861 da ist da hat der bürgerkrieg getobt in den usa robert johnson war damals apothekerlehrling und er hat einen vortrag gelauscht von dr joseph blister über antiseptische und dann hat der robert johnson 1886 das erste unternehmen dass das steriles op material in masse produziert gegründet die johnson & johnson ist entstanden wir haben mittlerweile viele bereiche zum beispiel konsumgüterbereich arzneimittel und medizintechnik das heißt ist breit aufgestellt und ihr kennt alle produkte wie bb penaten carefree listerine johnstens neutrogena imodium dolomine das sind nur ein paar produkte die kassenschlager sind börsenwert 354 milliarden euro fünf jahres performance 40 prozent und sie zahlen dividende die nächsten der nächste call ist am 20.04 nächste woche über die earnings quartalszahlen q1 2021 das wird sehr spannend weil das ist immer die indiz dafür dass die aktie wieder ein bisschen gepusht wird wenn die zahlen übertroffen werden also die analysten erwartungen aktionäre wieder black rock black rock fund advisors und investment management uk the vanguard group ist mit über acht prozent beteiligt was ich cool find ist der ceo verdient ein bisschen mehr als der von pfizer das ist der wie heißt der alex gorski der ist schon 60 jahre älter als der von pfizer muss er auch mehr verdienen ich meine der geht ja auch bald in rente bestimmt 25,3 million dollar 2020 stand da kann man sich schon vielleicht was kaufen ich meine die sind in new jersey angesiedelt new brunswick und was ich so genial findet ist alleine der umsatz im q4 2020 über 22 milliarden dollar und die hälfte davon haben sie mit pharma produkten in den usa verdient nur ein fünftel machen die konsum güter aus vom umsatz und die sind weltmarktführer ich habe gleich mal mein mann gefragt was er da so in der klinik verwendet von pfizer und da hat das sofort dacu angesprochen das sind die gelenkprothesen also dacu ist eine tochter unter anderem pfizer wir sind ja bei johnson johnson haben sehr viele töchter auch sind es und ein konkurrent der auch sehr interessant das ist die striker die impfung von johnson und johnson da kann euch vielleicht auch der jens was dazu sagen der hat ja schon seine erste impfung von der konkurrenz die einmalige dosis war immer halt der vorteil von johnson und johnson ich weiß nur vor einem jahr hat johnson und johnson ungefähr eine milliarde in die forschung gesteckt oder so aus der cash aus der kasse eine milliarde für die forschung von impfstoff fand ich genial sie haben auch ein paar skandale auf dem buckel mangelhafte hüftgelenkprothesen gab es mal 2013 debutskandal und 550 million dollar mussten sie an entschädigung zahlen da gab es mal so eine eierstock krebs geschichte aufgrund von baby puder aber was und 550 million dollar für eine johnson und johnson ich würde sie auf jeden fall jedem ans herz legen erst mal auf die watchlist damit jeder der einsteigt der sollte sind gute und sichere und was heißt es ist immer noch günstig in meinen augen aktie ins depot legen ja johnson und johnson was soll ich sagen das ist natürlich die große wundertüte der börse also da ist alles drin wie gesagt das ist ja von rauch entwöhnung über die krebstherapie das ist tatsächlich eine aktie da geht da ist das risiko minimiert aufs geht nicht mehr dazu ein dividenden aristokrat also seit mehr als 25 jahren jedes jahr steigende dividenden die sind jetzt nicht so hoch zwischen zwei und drei prozent pendelt man da normalerweise aber wer jetzt zum beispiel nicht sicher ist ob man die börse einsteigen will der kann mal johnson und johnson einen sparplan besparen die einzelnen stücke sind mit 150 euro und um herum so ein bisschen teuer für den einzelnen kauf vielleicht manche leute da kann man zum beispiel bei einer bank des vertrauens mit 25 euro im monat oder im quartal oder im halbjahr von aktien mal besparen und so langsam in den bereich börse einsteigen oder johnson und johnson also das ist wirklich eine aktie tolle einsteiger einsteiger papier ja wie du hast angesprochen asbest im babypulver mit babypuder und so weiter also man hat sich ja ein paar sachen geleistet der impfstoff selber kurze frage ich benutze das selber das babypuder für das baby muss ich mir da sorgen machen weil ich puder die alle so gern also ich nehme an wenn man 550 millionen strafe aufgepumpt bekommen hat dass man gesagt hat müssen rezeptur ändern mittlerweile und die fälle waren auch relativ wenig belegte fälle also was immer da passiert ist so verunreinigungen das ist wir reden davon millionen von tonnen die produziert werden was weiß dass das wo das wo der fehler geschehen ist ist schwer nachzuweisen also ich kann mir nicht vorstellen dass johnson johnson absichtlich sein babypulver vergiftet um die welt zu dezimieren da werden wir dann auf in querdenker country werden wir dann mitten angesiedelt nein also in summe würde ich sagen die die vorteile von johnson johnson töchtern jansen impfstoff zielack was für den impfstoff geschehen ist eher die frage wir haben einen impfstoff rausgebracht den wir unglaublich schnell ausrollen können also ein vektor impfstoff die sind sehr einfach und sehr günstig zu produzieren das wäre das das wäre auch für die gerade für die dritte welt toll damit könnte man nur einzigen stich die leute durch impfen der muss nicht aufwendig gekühlt werden eigentlich war das der schlüssel zur covid pandemie bekämpfung und jetzt wird alles gestoppt wegen fünf thrombose fällen pro eine million verabreichte impfungen die nicht mehr belegt sind also ganz ehrlich liebe stiko reißt euch mal ein bisschen zusammen wenn wir impfen 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 wollen und wegen jedem kille fits den prozess anhalten und auf stopp setzen die daten prüfen dann werden wir das impfen dann haben wir die mutanten schon vor der tür stehen die sind schon hocken schon im wohnzimmer während wir natürlich noch unterschreiben ja also so kommen wir nicht voran und dieser impfstoff wäre elementar wichtig weil wir mit einem stich durchkommen wir können uns menge logistik einsparen so können wir dann auch auf schnelle zahlen kommen wir müssen jetzt die 50 prozent marke mal angehen als nächstes damit wir hier ausstoppen können damit die wirtschaft wieder in gang kommt und dazu wird der impfstoff ganz wichtig deswegen hoffe ich da bald auf eine gute entscheidung bezüglich des impfstoffs damit alle leute die wollen mitspielen können alle leute die abwarten wollen abwarten dürfen und alle leute nicht wollen gucken was passiert das sehe ich da ganz wertneutral aber ich hoffe dass meine familie bald auch die kinder bald die möglichkeit haben sich abzusichern gegen eine krankheit die schlimme folgen hat wir haben bekannten kreis kollegen und so weiter die da auch erwischt wurden und es ist nicht schön also es ist besser ohne wie bei jeder krankheit ist erst mal gut wenn man es überstanden hat aber besser ist sie gar nicht erst zu bekommen ich glaube das problem ist der wohlstand jeder will mitreden das verlangsamt den prozess und jeder möchte auch natürlich die pros und cons abwägen aber das problem ist die natur wartet nicht und hat die mutter mutanten sind halt wirklich gefährlich und mir macht das auch sorgen was da gerade in brasilien los ist in südafrika die ganzen varianten die es schon gibt ob da der impfstoff dann noch wirklich sicher ist und wirkt man weiß es eben nicht also zwei dinge erst mal ein impfstoff muss ein virus muss mutieren ja das gehört zum kerngeschäft eines virus also dafür wird er quasi dafür bezahlen wir ihn ja also ein virus der nicht mutiert den kannst du abschreiben und das ist das tolle an einem virus dass uns neue herausforderungen stellt auch für die pharmaindustrie ganz wichtig dass wir einmal mehr ein update geben können also auch der grippe virus also influenza hat schon zigmal unendliche male mutiert manche mutationen sind einfach lächerlich die fallen aus dem rennen manche mutationen sind neu und ergiebig das sehen bei den grippe zahlen jedes jahr 15 20.000 tote in der guten saison und das wird abgefangen durch den grippe impfstoff den wir all die jahre vernachlässigt haben wann war ich bei der grippe impfung zum ersten mal dieses jahr viele leute sagen ach grippe da werde ich krank halsschmerzen und fertig war es nein man kann in der grippe durchaus sterben also die grippe und covid 19 sind sich gar nicht so unähnlich wenn es dumm läuft dann dann war es das und ich hoffe mal dass diese dass diese ruck jetzt durch deutschland geht dass sie sagen wir haben erkannt eine impfung ist ein stich wo man mal zum arzt fahren muss und das war es und dann bin ich den sommer den winter über sicher eine grippe erkrankung oder eine kurve erkrankung dauert wochen und wenn man pech hat ein leben lang sozusagen wenn es eine nachwirkung hat oder man überlebt es gar nicht und das ist das diese diese mutationen kommen vor die sind einfach eine reaktion des virus ein kopier fehler mehr oder weniger und aber wenn man mal geimpft war gegen den virus gegen das kurve 19 virus und jetzt kommen neue variante daher aus aus lappland oder so was der lappländische mutation ja dann hat der körper zumindest eine grundahnung was er tun muss also wir haben diese t-zellen die eigentlich informationen gespeichert haben gegen covid 19 wenn jetzt 19 plus kommt dann weiß der körper schon mal ungefähr wie reagieren muss also es wird wesentlich besser enden für einen geimpften patienten als für einen patienten dessen körper zum allerersten mal mit covid in berührung kommt sagt oh gott was habe ich da eingefangen und rennt alles durcheinander im körper immunabwehr macht alles mögliche kaputt und das ist also die impfung wird auf jeden fall auch gegen die mutanten helfen aber eine ansteckung kann eben immer noch passieren und dann deswegen werden wir wahrscheinlich aus dem impfen nächsten jahre nicht rauskommen ich denke mal einmal pro jahr werden wir uns alle beim doktor irgendwas sehen und einen spritzenarm bekommen und das ist gut so sein das wird uns gegen alles mögliche andere auch noch gewähren lassen warum menschen müssen nicht sterben an sowas es war klar heißt immer ja das waren nur die alten und schwachen und der wald wurde gefällt die alten bäume raus aber warum denn ich meine wir haben uns alten menschen doch lieb und sie sind auch wertvolle mitglieder der gesellschaft also warum sollen sie der krippe opfern wenn sie später noch an was anderem sterben können zum beispiel an langeweile weil die enkel nicht zu besuch kommen wir sind gespannt auf eure meinung welche von den drei vorgestellten aktien sind eure favoriten schreibt es bitte unter dieses video und auch gerne wünsche was was sollen wir euch in zukunft mal vorstellen wir haben nächste woche auch wieder ein spannendes special für euch wir verraten noch nichts weiter und wir möchten noch was verlosen und zwar marius buch bekommt Sören Keller herzlichen glückwunsch ich brauche noch die adresse Sören und die schreibt mir bitte an redaktion.finanzdiva.de und dann bekommst du das buch zugeschickt ich habe es schon gelesen ich bin gespannt auf deine meinung ich bin gespannt auf euer feedback unterlass uns ein like wenn ihr möchtet oder ein abo dann würden wir uns sehr freuen und wenn ihr bald wieder einschaltet auf finanzdiva.de wäre das super also bis dann wünscht mir euch was bis bald tschüss bleibt gesund und lasst euch impfen sobald soweit ist mein tipp impft euer dico auch schönen tag ciao